Oh mein Gott, ich fliege auf diesen riesigen Schmetterling. Guck mal, da kommen die Piranhas. Und die fressen einfach alle Fische auf. Wie krass ist das denn? Willkommen in der Bienenwelt. Bewertend im Part und viel Spaß. Oha, der blinzelt ja sogar. Und ich habe irgendwie so ein Cape bekommen. So ein Founders Cape. Das ist, glaube ich, cool, oder? Nur meinen Skin habe ich hier noch nicht drin. So, warte, was kann man denn hier machen? Dieser wunderschönen Bienenwelt. Willkommen. Wir nehmen einfach alles mit hier. Alles mitnehmen. Ah, okay. Hier sind ganz viele verschiedene Bienen drin und ich kann handeln mit anderen Bienen und bekomme dann andere Sachen und Bienen. Okay, warte mal. Wo finden wir denn Bienen? Dahinten ist eine Biene. Oh, krass. Das ist eher eine Wespe, oder? Wie eklig die aussieht. Können wir handeln? Okay, hauen kann ich die? Gut. Hä, das war's jetzt? Warte, ich gehe nochmal zurück. Lauf ja raus. Level Ende. Ich dachte, hier ist ein Adventure drin und ich kann hier rumfliegen als Biene. Ich will auch eine Biene werden. Aha, was gibt's hier denn? Moin. Was sind das denn für Möbel? Ich fühle mich ja jetzt vielleicht voll klein. Hier, was ist das denn für ein Stuhl? Ah, guck mal. Hier sieht's also aus, als ob man hier reinkommt. Hier, guck mal, ein Schmetterling. Kann ich den reiten? Oh, ich kann den reiten. Nee, kann ich nicht. Kann ich wohl. Kann ich den auch steuern? Kann ich. Oha. Oh, ich darf nicht. Oh, wenn ich Leertaste drücke, dann sprich ich da runter. Jetzt bleibt doch mal stehen, bitte. Oh, ich habe einen Diamant gefunden. Okay, los geht's. Ah, Tab Jump or Sneak to Dispon... Ja, okay, weiß ich doch nicht. Oh mein Gott, ich fliege auf diesen riesigen Schmetterling. Ja, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich hoch und runter fliege, aber ich fliege erst mal. Ich glaube, wenn ich jetzt hier aussteige, ist das nicht so gut. Aber guck mal, was ist da denn? Das sieht doch gut aus. So, hier steigen wir mal ab. Hier war doch gerade eine Biene. Kann ich auch eine Biene reiten? Da ist eine Biene. Komm her. Nein, Bienen kann ich nicht reiten. Was soll ich denn da machen? Ich will Bienen reiten. Okay, weiter geht's, Schmetterling. Aber zumindest kann man weit gucken. Wie viele Chunks sind das? Überlegt euch mal die Version bei Craft Detect. Dann könnt ihr einfach von meinem Haus aus bis Basti GHG gucken. Das ist ja der Wahnsinn. Aber irgendwie ist die Map jetzt nicht so geil, ne? Hier kannst du ja noch rumfliegen auf Schmetterlingen. Oh. Oh nein! Hä? Wo bin ich denn? Okay. Hi. Na, wie geht's dir? Welcome to Aquatic Life. Ja, nice. Schwäbig? Nee. Audio Guides sind available. Ja, geil. Okay, dann gehen wir mal hier durch den Tunnel durch. Ist so der Anfang, oder? Ich glaube schon. Okay. Oh, wer ist er denn? Wie geil das aussieht so. Ja, schon nicht schlecht, was hier so alles gibt so an Tieren. Okay, geradeaus ist The Cube. Rechts ist der Sharktunnel und links Piranha River. Hier, guck mal, wie das aussieht einfach. Piranha River und Scuba Diving. Oh, Diving hört hier aber auch gut. Ne, wir gehen jetzt noch zu den Piranhas. Warte, es gibt ein Audio Guide? Es gibt eine Piranha River Tour. Los geht's. Ah, lol, ich muss selber fahren. Ja, super. Ich dachte, jetzt werde ich ja durchgefahren. Aber ich, guck mal, ich hab hier Futter. Ah, lol, da sind einfach andere Fische, die da drin sind dann. Und dann snacken die Piranhas die weg. Okay, warte, wie komm ich denn jetzt hier am besten wieder raus? Oh, ich bin unten. Oh, Hilfe. Boah, der war knapp, glaub ich. Guck mal, da kommen die Piranhas. Und die fressen einfach alle Fische auf. Wie krass ist das denn? Aber solche Maps finde ich mehr als cool. Das ist eine Map ohne Modifikationen. Einfach alles, was Minecraft bietet. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. The Anglerfish is a Predatorfish that uses a very specific method to hunt. Da, da ist doch ein Anglerfish. Aber die sehen auch so krass aus. Wenn da die jemand in echt gesehen hat. Oh, der guckt mich an, schnell weg. Was hier? Scuba Diving und Swimming Pool. Okay. Press to put on your Diving Suit. Okay. Oh, das ging flott. Oha. Die Map ist viel besser als die mit den Bienen. Ich kann ja gar nichts kaputt machen, ne? Krass, kann man einfach den Tank. Und da kann ich... An und... Achso, ich kann nur anziehen, aber nicht mehr ausziehen. Warte, ich hab ausgezogen. Cool. Andere Seite bestimmt dasselbe, ne? Scuba Diving und Swimming Pool. Ja, genau. Perfekt. Guck mal, da sind sogar andere Gäste. Hi. Was machen die denn da? Lass das Kind in Ruhe jetzt. Aber ich muss sagen, krasse Map. Wer auch eine krasse Map sehen möchte, dem blende ich hier mal eine krasse Map ein. Könnt ihr euch auch runterladen. Und ansonsten haut da rein. Bis zum nächsten Part von... Irgendeiner geilen Minecraft Map. Also die ist echt schon cool, muss ich sagen. Oha. Hammer. Hiya. 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 Vielen Dank.